Ah, Dings, mal zur Handy oder was? Ja, genau. Ich finde das neue Update richtig geil. Das sieht jetzt endlich wie eine Mobile App aus und nicht wie ein Webbrowser. Ich darf gar nicht, ich habe mir das so durchgelesen. Manche mögen dieses Update nicht und ich so, hä, das ist echt dumm. Das sieht jetzt genauso aus, wie es aussehen muss. Einer low, einer low. Ich habe hier den Ecke bekommen. Michi, links neben dir, links neben dir. Hinter dir, hinter dir. Hier, 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 Arschloch. In meinem Gesicht. Arschloch in meinem Gesicht. Oh mein Gott. Jo, ich habe ihn noch bekommen. Oh shit. Wie macht die heiße Mold aus? Mold. Ich habe den ganzen Fight einfach nur Peace-Zeichen gemacht, weiße. Oh shit. Also Mold, drückst du einfach unten, falls das letztlich nicht toll ist. So. Ah, wir müssen nach einer. Ah, schätze weiter. Ja, mach mal noch zu, du drängst ja her, du Autor. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich mache diesen Seil des Dike kaputt. Ich glaube, das ist eingebaut. Oh. Hä? Wo? Nach oben, oder was? Was machen wir hier unten? Diese Poggle hier? Ey, wir machen jetzt... Was machen wir jetzt? Hier, Zippe. Damage gemacht haben? Keine Ahnung. Scheiße machen wir. Die sehen uns jetzt nicht kommen, weißt du? Jetzt holen wir das Ding da runter. Da ist man auf dem Dach. Da mache ich mal ein Schild hier. Und jetzt ein. Aus dem Dach einer P. Oh mein Gott. Ja, kommst du dir runter, bitte? Ja, ich darf's auch noch. Verbring? Ja, schmeißt du runter? Wo ist Gischa? Du was? Mom, auf das Root, auf das Root! Ja, mach's doch gleich! Ja, mach's doch gleich! Oh, Gischa, du hast eine Aufgabe, ey! Auf das Root! Das ist korrekt! Naja, aber das hätte ich glaube ich nicht getötet, oder? Doch. Mach das nicht einfach nur Feuer? Nein, nee, nee, das macht schade. Genau hier, du machst Feuer. Ja, das ist eine Rolle. Ach, du hast ihn vor der B. Hier auf, Wixxer, 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 vor uns! Ich habe einen mit so einem Nade getötet. Ne, doch, doch. Nein, ich nehme einen. Ja, ich nehme einen. Ja, mach, 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 mach. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich stehe bei mich nicht. Der schmeißt du gerade noch hinter uns? Für uns, ist ja gut. Da hinten. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ojo. Hier sind ja ganz viele Menschen. Neuuuun, du stirbst! Digga, wie viele Leder, es ist hier? Oh mein Gott, das ist scheiße Feuer! Ja, das ist korrekt. Lasst sie dann, das ist scheiße Feuer. Grate! Ich weiß, den Kuss. Ja, ich verbringe ihn. Hinter die! Noch ein kleiner. Nein, du Wixxer! Das war ein Feuer, die.... Flick haben sie! Blüft, blüft! Der Bicke in die Fresse! Schieß, schieß, schieß! Nice! Ich hab nur noch 3 HP, ey! Ja genau, weg hier! Lauf von mir weg, du musst dich nicht hochhalten gerade! Weg hier! Abbie ist mir richtig gut! Jetzt zieht es euch an! 2 2 Bist du richtig scheiße, Boxers? Ich liebe dieses Spiel, man! Das ist so geil! Wo seid ihr denn wirklich? Ich schalte da rechts! Ja! Ich hab einen! Ich hab hier das hier! Lein aus! Rechts von mir! Ich hab Feuer geschlossen mit ihm! Wieder überleben bitte! Erst jetzt! Okay! Wieder überleben durch! Warte, ich kann nicht durch! Kann nicht durchpressen! Ja, wo bist du denn? Du bist da! Ja, wo bist du denn? Du bist da! Ja, 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 ja! Ja! Oh mein Gott! Ey, das ist so lächerlich! Wieso kommt der überhaupt hierher, Alter? Verlieb mal wieder! Michi, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir! Noch einer, noch einer! Ja, den schaffe ich aber nicht mehr! Ja, okay, los will ich reden! Ja, da! Ja, da! Ja, da! Hinter uns, hinter uns wieder! Ah, diesmal schaffe ich ihn! Ich hab wenig Leben, ich hab wenig Leben! Oh, er wollte abhauen! Ich hab sehr wenig Leben! Michi, kommst du oder nicht? Ja, ich muss! Hier ist einer, hier ist einer Michi! Hier ist einer, hier ist einer Michi! Ich bin tot! Ich bin tot! Noch einer, noch einer, noch einer! Ich bin tot! Nein, ging nicht, Theo! Das waren genau zwei vor uns! Ihr seid ja immer noch tot, wo ihr wart! Soll ich's ja nochmal sagen? Das waren zwei Leute vor uns! Ja, tot! So, hat die Double! So, wir schweben! Ja! Ja! Da war ein Seil! Hättet ihr schon zehn Jahre bewussten können! Egal! Wo ist denn das Ding? Ja, der ist komplett jetzt! Der rennt, wo rennt jetzt denn? Ach, da ist das! Unter uns! Ja, wir müssen B, oder nicht? Ja, eigentlich schon! Der ist aber B, oder? Ja! Ja, irgendwo in der Nähe ist der jetzt! Hä? Versteh' nicht! Äh, alles sieht gut! Wo ist denn die Kacke jetzt? Ja! Er ist aufsteht ein! Er ist aufsteht ein! Der Typ steht beim Cashout! Der ist beim Cashout! Einer! Ja, ich bin irgendwie los! Ich bin runtergefunden! Michi! Michi! 15 Sekunden! Nicht sterben! Oder einer von euch! Er ist halt jetzt weg! Der Same ist runtergefallen! Oh, ist ja gut eigentlich für uns! Ja, ja klar! Ist das gut! Oh! Risha! Töte ihn! Töte ihn! Ja! Versuch's! Ich bin tot! Ja, ich hab dich schon! Oh, der tut jetzt! No! Oh! Oh Gott! Weg hier! Ich seh schon wieder! Boah nix! Ja, er ist aber alles weg! Meine Hände zu uns! Flammenwerfer in meiner Fresse! Er kommt jetzt zur Tür! Flammenwerfer! Kommt jetzt rein! Ja, ich hab's Griechern aufs Griechern! Ja, ja! Dreh dich um! Dreh dich um direkt! Ja, der ist tot! Nein, nein, der hat's nicht! Der hat's nicht! Da ist noch einer geschafft! Ja! Da sind noch zwei! Ah, das ist schwierig! Warte! 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 Ich komm rein! Ich hab perfekte Position! Nice! Ja, ich bin drin aber! Ja! Nice! Nice! Ich hab mich jetzt auch wieder überlegt! Das ist tot! Ich bin aber auch tot! Da kommt ein Flammenwerfer! Und ein Healer! In euch! Ja, wir haben es geschafft. Nice. Boah, das ist der Tag. Eine Runde. Vor oben.